Und jetzt brauche ich nur noch was Anständiges zum Essen, wie ein Hühnchen zum Beispiel. Ne, Hühnchen will ich nicht. Rindfleisch habe ich zweimal Steaks. Schweinefleisch haben wir ein bisschen mehr. Nehmen wir auch ein bisschen mehr mit. Ist ja nicht verkehrt. Ja, das Schlimmste, was mir passieren könnte, natürlich, wenn ich unterwegs bin und natürlich hier irgendwo, ja, dann verrecke wie ein Dummbatz. So, jetzt stellt sich mir die Frage. Die Richtung, da sind wir schon übelst weit gelaufen. Da sind wir ungefähr schon ziemlich weit gelaufen. Da hinten sind wir ziemlich weit gelaufen. Da haben wir dann auch die Schwarzeichen gefunden. Ich werde eine Diagonale nehmen müssen. Ich nehme diese Diagonale. Also, ich, ich, oder? Ne, die, 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 die Diagonale ist auch dämlich. Dann nehme ich die. Die nehme ich. Ich glaube, ich nehme die. Oder nehme ich die? Ich nehme die. Ich nehme die. Jetzt habe ich mich entschieden. Ich nehme diese Diagonale hier so rüber. Ähm. Unterwegs wird man sowieso abknicken und da staunen und gucken. Es ist mir klar, aber hey, das ist mir auch so Wumpe, weil ich einfach, wie soll ich sagen, einfach weit kommen will. So. Holztechnisch scheiß drauf. Äh. Wir können uns ja was hacken zur Not. Und jetzt ziehen wir hier in die weite Welt hinaus und suchen uns einfach bei epischer Musik, die passt gerade so, zu dieser Aufbruchsstimmung. Ich will hier einfach... Ach komm, verarsch mich. Ich laufe hier wirklich mit 60 FPS rum, aber OBS sagt, ey, CPU-Auslastung zu hoch. Das finde ich natürlich geil. Ich werde, glaube ich, dann, äh, wohl irgendwann mal wieder umschwenken dürfen im Aufnahmeprogramm. Finde ich zwar ein bisschen schade wegen der Facecam und so, aber... Wat mutt dat muss? Es fällt mir halt immer mehr auf, dass ich da eventuell ändern muss. Aber wir brechen heute auf. Brechen nicht zu viel übers Knie. Ich hab das Feuerzeug vergessen, das fällt mir gerade auf, aber... Scheiß drauf, wir haben Eisen dabei. Scheiß drauf. Das kriegen wir schon gebacken. Und um ehrlich zu sein, äh... Wir finden den Rest schon. So. Ich hab mein Holz liegen lassen, oder? Jetzt mach ich mir hier erstmal ein bisschen Holz und dann kann ich hier auch schon ein Bötchen bauen. So. Ein Bötchen für uns. So, natürlich die Werkbank, nehmen wir wieder mit. In weiser Voraussicht nehmen wir das mit. So. Ab ins Boot. Und los geht's. Dem Sonnenuntergang so halb rechts entgegen. In die weite Welt. Und wir suchen... Eine Gegend, die... Kein Mensch oder kein Minecrafter bis jetzt gesehen hat. In unserer Welt. Und... Dort lassen wir uns nieder, wenn wir... Was interessantes, was schönes finden. Eine Gegend, wo man einfach wohnen will. Wo vielleicht die Ideen wieder kommen, was man bauen könnte. Oder... Was man einfach machen könnte. Es ist natürlich... Alter, verarschst du mich? Hier, ein Dschungel. Okay. Ich habe ja immer... Ich habe ja ewig lang immer einen Dschungel gesucht. Muss ich ja zur Erklärung machen, weil ja neue Zuschauer auch wieder dazu gekommen sind. Und hier ist einfach mal ein Dschungel. Der nicht mal klein ist. Sondern gigantisch. So. Ich werde ein bisschen die Küste entlang fahren, weil ich glaube, so groß ist die Insel nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt, wenn nachts wird, extra das Bett aufbauen müssen. So. Wieso hat das jetzt gestockt? Keine Ahnung. So. Dachte ich es mir. Hier geht nur eine Küste lang. Ich habe mir natürlich auch kein Bett gemacht, weil... Hm. Wieso denn auch? Wieso steige ich aus dem Boot aus? Weil ich es einfach mal kann. Weil ich einfach mal wollte. So. Jetzt wieder ins Boot rein. Äh. Nein. Äh. Ich will doch nur ins Boot. So. Danke. So. Was sagt die Minimap? Aha. Aha. Und natürlich hier in der Minimap sieht man jetzt nicht so viel, dass ich schon so weit rumgekommen bin. Weil die Minimap noch nicht so lange installiert ist, dass sie uns das bereitstellen kann. So. Auf dem Boot nehme ich jetzt die Fackel in die Hand. Dann sehen wir zumindest ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder am Ende des... Ja. Ja. Beim Planschen halt. So. Wir sind immer noch ungefähr der Nase nach und suchen eine schöne neue Welt. Wir wollen etwas Neues entdecken. Und das können wir einfach nur, wenn wir irgendwo hinziehen und einfach losziehen und suchen. Und wir suchen natürlich und wir hoffen, dass wir auch finden irgendwas Schönes, irgendwas Spektakuläres, wo man einfach wohnen will. Und ich hoffe halt auch, dass neue Ideen kommen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei euch, dass euch irgendwas auffällt, einfällt, umfällt. Ähm. Super, jetzt ist mir natürlich das Boot kaputt gegangen. Danke. Hierfür. So, habe ich die Werkbank jetzt stehen lassen? Ne, die habe ich wieder eingesammelt. Äh. So. Äh. Jetzt muss ich mich natürlich umtun. Dass ich hier mich ins Bett verkrümmeln kann. Oder laufe mal einfach des Nachtens weiter. Das könnte man natürlich auch. Da wäre ein Skelett, das ist natürlich nicht so geil. So. Hier ist eine kleine Insel. Mehr oder weniger. Ach komm, was soll da geiz? Ich mache mir schnell mein Bett. So. Da ist mein Holz. Ein Bett. Danke. Ich hätte mir sowas wie Erde mitnehmen können. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen. Ach komm, mit einem Steak kloppe ich mir. Ja, Sand ist ein bisschen dämlich, ne? Ein bisschen zumindest. Ja, dann nehmen wir halt Holz her. Hilft ja nicht. Dann bauen wir halt holzig. So. Fupp, fupp, fupp. So, dass gerade noch so das Bett reinpasst. So. Das stelle ich schon mal hier hin. Wo ist es denn? Äh, da ist es ja. Die Steaks räume ich mal beiseite. So. Bett steht. Zack, 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 zack. So, ich lege mich rein. Und dann ist gut. Ich glaube, das reicht. Weil. So. Jetzt bauen wir natürlich die ganze Bude wieder ab. Wir brauchen ja das Zeug noch. Ich habe es ja nicht mit, äh, einfach so random mitgenommen, weil ich das einfach mal schön finde. Nö. Das soll schon Sinn und Zweck haben. So. Jetzt haben wir wieder Tag. Und wir können hier durch die Wallachei spazieren. Ganz angenehm. Ich glaube, hier hinter wartet aber noch ein Skelett, das nicht brennen will. Brenne, brenne. So. Noch ein paar Erfahrungspunkte auf unserem Weg gesammelt. Soll ja ein Abenteuer werden. Und jetzt nicht unbedingt irgendwas dahingenübeltes. So. Ich wollte einfach mal die Musik wechseln. Wieso auch immer? Zwischen epischer Musik und epischer Musik kommt einfach mal epische Musik. Ist klar, ne? Das kann man natürlich gebrauchen. Au. Mein Mittelfinger tut echt weh. Das Teil war ein bisschen schwer, ne? Aber naja. Kann man nichts machen. So. Hier stehen Akazien rum. Ist ja auch schön. Was steht denn da bitte rum? Das sieht so komisch aus. Ach geil. Häschen. Minecraft Häschen. Cool. Ist ja schon mal das wert, dass wir so was sehen. was es Häschen gibt. Habe ich auch bis jetzt in Minecraft noch nicht gesehen. Die wirklich implementierten Häschen. Ach ist ja schick. Es ist echt schön. So. Ich lege mich natürlich wieder auf die Schnauze. Weil ich es drauf habe mit Laufen. Die Gegend ist schon hübsch. Aber noch nicht das, was ich gerne hätte. So. Ich steige mal den Berg empor. Und wir sind irgendwie immer noch zu nah an allem dran. Und nein. Ich will laufen. Ich will was entdecken. Aber die Gegend ist schon irgendwo schön. Muss ich ja sagen. So. Hier ist eine Spalte. Muss dann auch nicht unbedingt sein. Aber versteckt sich immer gern was. Da habe ich immer ein bisschen was dagegen. So. Immer noch ungefähr die gleiche Richtung. Hier. Oh. Wäre eine Unterwasserhöhle oder so eine Halbwasserhöhle. Hier ist noch ein Häschen. Sowas haben wir natürlich nicht in der in der alten Gegend. Und allein deswegen macht es schon Spaß hier weiter zu ziehen und hier einfach eine Gegend zu suchen. Die uns eventuell wieder anspricht. Und sagt Hey. Minecraft ist es wert gespielt zu werden. Und auch mit so einem Neuanfang kann man einfach mal leben. Wuscht ich doch dass mir nichts passiert wenn ich hier runter springe. Das muss man auch mal im Auge haben. So. Die Gegend sieht schon irgendwo geil aus. Aber die ist mir ein bisschen zu monoton oder monoton kann ich nicht sagen. Immer einfach noch zu nah dran. Auch wenn ich jetzt schon 1700 Meter weg bin von zu Hause. muss das nicht unbedingt sein. Weil nö. Hier ist schon wieder eine schöne Wüste. Also ich glaube die Welt besteht eh zu 90% nur aus Wüste. Weil du hast so viele Wüsten wie ich immer gelaufen bin wenn ich unterwegs war. Lässt diesen Rückschluss natürlich zu. Dass wir hier einfach mal sehr viele Wüsten haben. Das ist ja ganz Wüst. immer noch schön unterwegs hier. Da oben läuft irgendwas. Sieht ein bisschen komisch aus. Huch nicht in den Kaktus laufen ist vielleicht immer ein bisschen ungesund so einen Kaktusstachel im Hintern zu haben. Und ja deswegen lassen wir das einfach mal. Zum Glück bin ich in das Loch nicht gefallen. So da haben wir die nächste Küste erreicht. Wie sieht es denn aus Minimap technisch? So ich bin hier irgendwie leicht im Kreis gelaufen. Das hat sich jetzt natürlich so angeboten. Naja muss ich mehr die Richtung oder? Ja irgendwie den Nippel hier so runter dass ich hier wieder halbwegs auf Weg komme. So ich könnte mal so ein paar Sachen verräumen in mein Inventar zum Beispiel die Diamantspitzsacke und mir die Sachen bereitlegen die eventuell nicht so schlecht werden wie so was hier die Erdblöcke könnte ich mir auch schon mal bereit legen so zack zack ich mache mir erstmal eine Schaufel so eine wollte ich ja auch mitnehmen aber an die habe ich ja wieder nicht gedacht so jetzt brauche ich noch ein Boot so ich mache mir mal ein paar mehr das ist jetzt nicht unbedingt so zwingendermaßen dass ich hier das Bötchen hier unbedingt dabei haben soll so dann habe ich zumindest immer mal ein Boot parat so die Schaufel kann ich wieder verräumen Boot danke und ab die Luzi so ab in diese Richtung glaube ich jetzt mal ja passt sieht gut aus und ja dann geht es hier einfach mal weiter so eigentlich wollte ich eher die Richtung oder eigentlich schon deswegen mache ich auch mehr die Richtung bleibe mal einfach die Richtung so ich wollte so diagonal hier so rüber genau das wollte ich und nicht irgendwie was anderes sondern sowas hier ganz gemütlich und vielleicht finden wir ja was schönes ich will echt eine schöne Gegend haben wo ich sagen kann ja da mache ich was muss jetzt nicht zwingendermaßen wieder neben dem Dorf sein wieso denn auch wir wollen unsere eigene Stadt machen und nicht irgendwo ja schon irgendwelche vorgefertigten Häuser in der City haben nee nee das wird so eine richtig schöne kleine Stadt die uns einfach begeistert so wie wir einfach sind so wie wir einfach machen und das soll dann schon schön aussehen alter die das ist natürlich schon ziemlich langer Weg ich bin mittlerweile schon 2000 Blöcke in einer Richtung weg was die Minimap da oben schön verrät also da oben das ist natürlich schon klasse aber es geht natürlich immer ein bisschen mehr deswegen halten wir da auch drauf und werden versuchen dort uns umzusehen so komm schon ah da hinten ist mal wieder was hier ploppt die Welt schön langsam auf ja natürlich lädt sich der Server wieder kaputt ist natürlich auch immer schön so natürlich auf was stoßen wir auf eine Wüste von einer zu anderen ich bin gespannt wie lange ich laufen werde effektiv ich war noch nicht mal dort und dann zerschellt mir schon das Boot ist natürlich blöd aber hey was soll's hier ist auch ein schönes Loch ein ziemlich schönes Loch aber nein wir ziehen weiter ich will hier absolut weit weg nicht dass ich hier sage ach ich renne hier schnell mal an meiner City vorbei oder ich baue mir hier eine U-Bahn Verbindung hin nein nein es soll absolut autark werden und einfach mal was eigenes sein so natürlich mal wieder zwischendurch eine Kartoffel in den Magen drücken ist vielleicht nicht verkehrt hat man gern mal im Magen irgendwas zum essen und dann passt es auch dann ist man nicht so hungrig so ist ja schön dass ich mir auch einen Bogen mit genommen habe an sowas denke ich natürlich normalerweise nicht hier ist eine Stadt hier könnte ich mein Nachtlager aufschlagen eine Stadt kann man ja nicht sagen hier sind nur zwei Häuser mal gucken ob überhaupt Dorfbewohner da sind mal ein bisschen unten ach ja ist einer hier aha 29 Papier ist klar so mal gucken ob hier irgendwo eine Kiste zum Looten ist was ja auch immer gern mal sein könnte hier ist nix hier ist auch nix ist natürlich schade hat das Ding überhaupt eine Tür ja hier so eine Werkbank haben sie ist ja auch schön ich werde hier mein Nachtlager aufschlagen diese Herren sind natürlich auch immer sehr freundlich zu mir ein paar schöne Blümchen das ist ja schön oh cool Blümchen die ich bis jetzt eigentlich noch kaum gesehen habe die hier was seid ihr denn muss ich mal mitnehmen so äh Prozellan Sternchen aha okay wollte ich einfach nur mal da haben dass ich weiß was eigentlich alles für Blumen gibt ist ja auch so eine Sache ich weiß ja zum Teil gar nicht was es gibt weil ich einfach so lange oder so ja so lange schon in der Welt bin die auf 1.0 basiert muss man ja sagen weil ich habe ja zu 1.0 die Welt erschaffen und und es ist halt auch schon geraume Zeit her ist mittlerweile auch schon hallo ich wollte eigentlich dich nicht im Gesicht haben guten morgen ich baue mir mal schnell mein Bett ab danke wie aufdringlich das heutzutage manche Leute sind so das wird größer das wird auch größer perfekt dann sind wir ja schon wieder in die richtige Richtung unterwegs hier grasen ein paar pferde auch schön ne das sind doch keine pferde das sieht doch eher aus wie mulis das sind mulis mulis sind dat ja wenn dann sind wir schon politisch korrekt ne muss ja nicht sein dass man muli als pferd beschimpft wenn es auch nicht stimmt oder war es ein esel ein esel könnte es natürlich auch sein muli und esel nehmen sich natürlich nicht viel nur dass so ein muli bei weitem nicht so störrisch ist wie ein esel aber dieselbe packlast ungefähr tragen kann ich weiß gar nicht wie man einen muli zeugt es geht ja ich glaube ich habe mal gehört dass man mulis untereinander nicht züchten kann weil es irgendwie nicht geht man muss ein pferd nehmen und einen esel und die miteinander ne ihr wisst schon bienchen und blümchen irgendwie so war das und aber ich glaube die mutter muss pferd sein alter was ist denn das was ist denn da im wasser seht ihr das da muss ich ja fast aussteigen da muss ich aussteigen da muss ich hin das ist ja mal nice ne unter wasser festung burg schieß mich tot so ich halte mal an ich drücke um schalter zu meinem werten alter greife mich die dinger an au ja ich geh weg ich geh weg schnell weg schnell ins boot ich glaube ich werde angegriffen schnell ins boot und weg hier alter geiles teil aber ziemlich aggressive viecher hier ziemlich aggressive fische habe ich ja noch nicht gesehen alter was es hier nicht alles gibt ich bin momentan auf entdecker dran ne auch in savage lands ja gut savage lands ist ja momentan pausiert aber der entdecker dran kommt auf in mir das ist natürlich schön aber wenn ich angegriffen wer muss ich weg ist klar ne man will ja nicht sterben so das ist eher festland ich krieche mal am festland entlang vorbei so aber ich glaube wir sind schon halbwegs weit gereist angenehm weit was man sagen kann ja es reicht eigentlich aber aber ein stück geht natürlich noch hallo irgendwie hat es jetzt kurz ausgesehen wie das das bötchen hier nicht mehr weiter fährt so ist das vor mir nur eine insel das ist nur eine insel deswegen mache ich die minimap wieder zu ich glaube zumindest stark dass es nur eine insel ist ach nö da kommt auch Festland da kommt ja auch Festland ja dann lasse ich halt das boot hier mal auf den sechellen ich will was essen jetzt nicht unbedingt samen mitnehmen so jetzt müssen wir hier mal durch die gicht oder auch nicht hier ist ja doch doch sehr angenehm es ist eine schicke kleine insel sowas schwebt mir jetzt aber auch nicht unbedingt vor dass ich mir jetzt eine insel nehme und dort heimisch werde nö muss jetzt nicht sein da wollen man natürlich wir wollen was anständiges haben was anständig großes so hier rüber gesprungen ist ja doch nicht mal so klein hier drunter wäre auch ein bisschen höhle aber wir rennen hier noch ein Stück weiter wir wollen hier großes land finden und jetzt nicht irgendwie so pipifax mäßig kleines ui er zieht ja auch was ist da oben es sieht so ungewöhnlich da oben aus da muss ich mal rüber schwimmen ist ja jetzt nicht weit und ich glaube das kann man irgendwie überleben was ich da kurz rüber schwimmen aber den pil ist das ein pilz ist das ein riesen pilz oder ist das irgendwie was anderes das ist glaube ich ein riesen pilz was macht der hier bitte das ist natürlich auch phänomenal nice irgendwo weiß ich den wild lebenden äh großen ja die hälfte wieder runterfallen ist klar so den nehme ich mal kurz mit den nehme ich auch mit so bin ich schon oben nö da muss ich noch ein Stück wo ist jetzt der Pilz hin das hat zumindest so pilzig ausgesehen so weg mit dir du Baum ist wirklich ein riesenpilz ein freilebender riesenpilz leck mich am hintern man glaubt es ja nicht hey geil ich hab aus dem einen ding hier wachsen wirklich riesenpilze richtig schön anzusehen hier und das lied hier ist mir zu psycho so ich find's schön hier oh das hat weh getan klar wenn ich mich so hinleg hier ist es irgendwie schön jetzt nicht zum niederlassen schön aber schön ich bin aber schon hart am überlegen ob ich mich nicht wirklich niederlasse hier vor allem mit den riesenpilzen mit dem dichten Baumwuchs hier schon recht angenehm können es gibt schlechtere Gegenden aber aber hier so das hier schwebt mir dann eher vor das war jetzt wirklich ein rückler so ich ess mal kurz den Apfel mal gucken was der bringt nicht so viel aber ein bisschen was zumindest jetzt ist die Frage sind wir weit genug weg von daheim es ist eine schöne Gegend das ist ohne Zweifel vor allem hier die Bäume und ja es sieht nicht mal so verkehrt aus mal gucken was die Minimap so sagt hier haben wir ein Stück nicht erkundet wie auch immer eigentlich sind wir weit weg eigentlich sind wir weit weg von daheim lassen wir uns hier nieder oder nicht das ist jetzt so meine Frage aller Fragen aber ich glaube die Gegend hat Potenzial die Gegend hat echt Potenzial man merkt schon umso mehr wie ich hier von daheim weg komme also von meinem Ursprungs Dorf jetzt ist hier Minecraft eingefroren ist ja geil ach jetzt die Server Welt wurde gespeichert ist ja schön da wären auch Pferde drüben hallo haben wir es jetzt das ist ja schön dass hier Minecraft heute so geil läuft was ist denn jetzt los ist jetzt mir die Internet Verbindung weggekackt oder was dann sagt mir das auch Minecraft und nicht irgendwie so halbwegs was das wäre jetzt natürlich blöd wenn ich hier ist ja auch schön mir ist natürlich auch alles eingefroren boah jetzt läuft die Aufnahme wieder anständig das ist ja cool also ich glaube ich überfordere gerade meine CPU ein bisschen aber nur ein bisschen wie so auch immer hier hier wäre auch eine Spalte die schön in den Boden reingeht gefällt mir gerade eigentlich wirklich wunderbar aber echt geil ich glaube ich habe meine neue Gegend gefunden wo ich mich einfach niederlassen werde sagen wir hier drüben hier drüben stehen auch noch Kürbisse rum hier ist noch ein Höhlen Eingang ich werde mich hier niederlassen das habe ich jetzt beschlossen das auf jeden Fall so dann pflanze ich hier mal mein Bett hin so